Grüß dich! In diesem Video möchte ich mir heute die West Rip Barker vorstellen. Das ist eine Daunenjacke, eine Expeditionsjacke für einen unspruchsvollen Alpinist, für winterliche Begehungen in kalten Gebieten. Die West Rip Barker ist benannt nach einer harter Tour auf den Montenali, die entdeckt worden ist vom Fotograf Bradley Washburn. Die Jacke hat Warm Cube Construction, das ist eine ergonomische Daunenkommung in der Innenseite der Jacke, für maximale Wärmeleistung, plus hat die Jacke eine 800er Fülle an Daunen und nochmal an der Aussenseite der Jacke einen 40g Synthetikfüller, was eben auch für eine maximale Wärmeleistung dient. Die Jacke hat einen 2-Wegreiferschluss-System, d.h. wenn ich auf dem Stand sicher muss, kann ich unten flott öffnen, ohne dass zu viel Wärme verloren geht. Die Jacke besteht aus einem abbrieffesten, recycelten Außenmaterial, und hat rechts und links zwei Taschen, genauso eine Buschtasche, rechts wie links, plus wird nochmal ein Boxsack mitgeliefert, damit man die Jacke super verstauen kann. Die Jacke hat hinten eben die Kapuze, die separat nochmal regulierbar ist, genauso wie an den Seiten, damit man die Jacke nochmal zuziehen kann. Dankeschön fürs Inklicken, und wenn ihr die Jacke anschauen möchtet, probieren möchtet, könnt ihr gerne im Marmotshop neben Martin Spirit in Bozen vorbeikommen, dann stehen wir für euch zur Verfügung, oder eventuell einen in unserem Onlineshop, wo ihr die Jacke nochmal anschauen könnt, und mehrere Informationen holen könnt. Dankeschön, und bis zum nächsten Video.